Na, Leute, ein langer Tage vorbei. Zwölf Stunden im Studio. Ich hoffe, ja, schon morgen alle dabei sein. Ist Bescheid, morgen 20.15 Uhr auf RTL. Mein RTL. Ja. Wie geht's? Ich bin gut. Wie geht's? Mein liebiger Team Liga. Ich wollte einfach nur kurz sagen, dass ich sehr froh bin, euch zu haben. Und ich krass fertig bin vom Tag. Wir haben zwölf Stunden jetzt hier gesessen. Was heißt gesessen? Getanzt. Und wir schauen morgen, wird mega, mega, mega krass. Ich sag euch nicht so viel. Mein Jim. Selina, Selina, vielen lieben Dank. Ich muss sagen, Laura, ich hab euch herzlich verliebt. Ich möchte auf jeden Fall noch mehr mit euch hier teilen. Ich bin auch... Wisst ihr, es tut mir so leid, dass ich nicht so viel gerade poste. Also ich versuch wirklich mir... Ich weiß nicht. Seht ihr das? Ich versuch viel zu posten. So viel es geht. Aber manchmal kann man einfach nicht so viel posten, weil man einfach so im Stress ist. DCT Lukas, äh, ich liebe deine Page. Blub, Luca, was willst du? Blub, Luca, was willst du, hä? Was willst du? Ich will einen Date mit Dommer haben. Ähm... Das ist mein... Das war ein Zeichen, soll keine Nüsse mehr essen. No Nuts. Oh, Leute, 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 helle Angel. Ich geh doch halt morgen zu ihr. Nein! Was? Ich geh doch heute morgen zu Dommer oder was? Haben die denn ein Date oder... Ach, Luca, der macht sich alle Frauen klar. Der hat Frauen klar. Leute, wisst ihr was? Ähm... Lukas Fernberg vermisst mich auch. Ich muss hier langsam mal los, weil wir haben... Morgen ist wieder sehr früh weiter. Wollte euch mal sagen, und zwar... Ähm... Morgen, ihr wisst Bescheid. 20.15 Uhr live auf RTL. Ich würde mich sehr über euren Anruf freuen. Denn jeder Anruf zählt. Also... Leute... Spamt RTL voll. Und auch kommentiert bei... Bei einem, was RTL postet. Überall müsst ihr sehen, dass Team Riga in the house ist. Kommentiert überall bei RTL, dass Team Riga... Ähm... öfter live gehen. Öfter live gehen. Aber... Morgen zählt es wirklich. Morgen zählen eure Anrufe wirklich. Morgen zählt es alles. Alles. Jeder Anruf zählt. Weil morgen kann der Erste... Oder wird der Erste rausfliegen. Und ihr wisst, ich liebe alle von den Leuten, die da sind. Wirklich. Die sind alle so süß und so nett zu mir. Aber... Wo muss einer gehen? Und ich hoffe, dass wir es zusammen schaffen, weiter drin zu bleiben. Und ähm... To, to, tue ich. I love you. From my heart. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ich werde jetzt aufstehen und... meinen Weg antreten, ähm... zum... Essen, glaube ich, auf dem Hotel. Ich glaube... Wenn ihr Bock habt, gehe ich euch nachher nochmal live. Bleibt mir Bescheid. Ähm... Always stay lit. Stay cool. Stay positive. Ich liebe euch ganz von ganzem Herzen. Und ähm... Wenn ihr mehr Streams haben wollt, dann... Ihr wisst... Ich... Okay. Jetzt ihr wollt immer mehr Streams haben. Team Rieger. Natürlich. Nein, Spaß. Ähm... Aber... Also... Ich gehe morgen wieder live. Oder... Ne... Vielleicht gehen wir noch mal live. Sogar vielleicht. Wenn ihr noch nicht meine Post-Notifications... Aufbruch hier. Wenn ihr noch nicht meine Post-Notifications anhabt, könnt ihr gerne sie anschalten. Indem ihr einfach auf die drei Docks klickt. Ähm... Bei meinem Instagram-Profil. Das wäre mega krass. Einmal Muskelab Diggi. Boah, einmal auch angerufen. Ehrenmann. Ähm... Auf jeden Fall. Ich gehe jetzt wieder ins Hotel. Äh... Ich hoffe, dass alle meine Freunde mich supporten. Ähm... Und... Ja, sorry, dass ich jetzt... Was für vielleicht... Ja, soll ich live gehen noch nicht? Ich frage jetzt, wie lange seid ihr wach? Weil es ist schon 9 Uhr abends, ja? Ich muss ja mal checken, weil ihr seid ja... Seid ja immer, ähm... Nicht so lange wach. Aber ich bin auch so müde gerade wieder. Aber ich werde gerne was essen und easy, gechillt. Was essen, was snacken, mal einkaufen gehen. Ah, dann würde ich irgendwann pennen gehen. Ähm... Wir können auch zusammen einschlafen. Ein 24-Hour-Livestream. Ähm... Mit einer... Crew, ich liebe euch von ganzem Herzen. Danke für diesen tollen Stream. Er war 5 Sekunden lang. Ähm... Ich kann ihn nicht sprechern. Der Stream ist 5 Sekunden lang. Ähm... Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal... Ey, krass, äh... 20% Rabatt bei Mediamarkt. Crazy. Bro, warum ist da keine Lukas-Rie-Werbung? Nobody knows me like you do. Helps-Rie habt Spaß. Nobody knows me like you do. Jetzt im Stream bei Spotify. Ding. Nein, Spaß. Okay, wer macht sich zwei Inglar-Tees und trinkt beide aus? Ich nicht. Ähm... I love you so much, people. I gotta go. I love you. And see you later, alligator. Keep streaming Spotify. Keep streaming, nobody knows me like you do. Mein nicht. Peace!